moin moin meine lieben leute und willkommen zurück hier auf meinem kanal zu einem neuen spiel und zwar resident evil für die switch so neu ist das spiel natürlich nicht ich habe es damals gespielt das muss 20 jahre her sein auf der playstation 1 noch damals noch das original das original also das original spiel nicht dieses remake oder remaster sondern das original und dort war das auch ein bisschen anders die grafik hier soll ein bisschen besser sein wir gucken gleich mal damals hieß es noch bio hazard weil ich es damals in der us-version gespielt habe damit das video auch in farbe war und auch blut ein bisschen besser aussah so fangen wir mal an wir nehmen chris redfield damit habe ich es damals gespielt das heißt wir nehmen die gute tante genau los geht's in der weg gespeichert bitte schalten ihre konsole nicht aus wenn sie nicht wollen dass diese zerstört wird so es muss auch ein intro kommen schauen wir uns das mal an 890 wirken auf dem team ist flying around the forest situated in northwest raccoon city we are searching for the helicopter of our compatriots bravo team disappeared during the middle of their mission bizarre murder cases have recently occurred in raccoon city there are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people victims were apparently beaten the bravo team was sent in to investigate the bravo team was sent in to investigate but we lost contact look chris bravo team's helicopter was a derelict save for the remaining body of kevin we continued our search for the other members and it turned into a nightmare die Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Come on! Hey, Rack! Where the hell's he going? Chris, this way! Damn it! Make for that mansion! Willkommen überlebenshorror. Damals hieß es so, irgendwas mit so... Irgendwas mit dem... dem Herrenhaus oder sowas, ne? Na ja. Gut, also Chris Redfield, Jill Valentine, Wesker und Barry Burton. Gut, Chris ist weg. Wir spielen ja Jill und Barry Burton und Wesker sind auch beide dabei. Was ist das? Was ist das? Nicht ganz normales Haus, das ist sicher. Hey, Wesker, wo ist Chris? Jill, nein! Du willst nicht wieder rauskommen. Aber wir müssen finden... Was war das? Chris? Nein! Jill, geh und investigieren. Ich gehe mit ihr. Chris und ich gehen einen langen Weg zurück. Okay. Du zwei, geh. Ich stehe diese Bereich. Bleib scharf! Geil, ne? Der Wesker ist ein richtiger Mann. Schick jetzt mal die Frau los. Du, Jill, du bist als erstes. Ja, so ist es, ne? Wenn man das Kommando hat. Ein Dining room. So, wie man sieht, liegt hier schon ein Farbband. Was ist das? Oh, Marmelade. Blut. Ich glaube, du hast das besser gesehen. Was ist das? Oh, Marmelade. Blut. Jill. Mal sehen, ob du noch andere Beispiele findest. Ich werde das überprüfen. Ich hoffe, dass es nicht Chris ist. Ich weiß natürlich noch. Ich kenne mich nicht mehr. Den ganzen Ablauf des Spiels kenne ich garantiert nicht mehr. Aber so ein paar Dinger werden mir zwischendurch immer wieder einfallen. Und gerade der Anfang des Spiels blieb mir so was von Erinnerung. Ich weiß noch, wie ich denn hier reingekommen bin. Dann bin ich hier längst gegangen. Gehe hier um die Ecke. Boom! Mach das. Nein, nicht ganz. Da. Ah, ist noch schön das alte Video. So, es gibt hier noch eine Situation. Sack. Ähm. Ich bin damals einfach abgehauen. Und zwar direkt durch die Tür. Und habe den da in den Dining Room mehr oder weniger erledigt. Ben? Meine Barry Burton ist da noch, ne? Was ist das? Schau, es ist ein Monster! Lass mich auf dich nehmen. Und dann sparen wir Munition. Und Munition ist wirklich, wirklich, wirklich sehr wichtig in dem Spiel. Ich finde Kenneth, getötet von diesem Ding. Lasst uns das an Wesker reporten. Achso, das habt ihr am Anfang gar nicht mitbekriegt. Aber, ähm, den Schwierigkeitsgrad habe ich jetzt den Mittleren genommen. Ich glaube, es gibt leicht, normal und schwer. Glaube ich. Ähm. Es steht nicht leicht, mittel, schwer. Da steht irgendwas anderes, ne? Aber ich habe jetzt den Mittleren genommen. Mal sehen. Wie sich das so verhält mit Munition und Finden und Kräutern. Und, ähm, auch wieviel Schüsse man braucht. Mal sehen. So. Bericht mir aber Wesker. Ja. Der dürfte hier draußen nicht zu finden sein. Wesker! Wesker! Jill, hilf mir zu suchen. Aber lass uns das Halle nicht verlassen. Eine gute Idee. Gut. Dann suchen wir ihn mal. Also wir können hier runter gehen. Wir dürfen ja nicht hier raus gehen aus dem, aus der Halle. Sagt er extra, ne? So, und gehen wir hier links. Hm. Gehen wir runter. Mal sehen hier. Mal gucken, mal meine Türversuchung. Aber ich glaube, wir können mit, keine Tür rein. Am besten schließen sie erst die Durchsuchung der Halle ab. Okay, machen wir. Ah, okay. Zwischen die Grenze. Barry. Viel Glück, Jill? Nein, nichts. Was passiert hier draußen? Ich kann es nicht herausfinden. Gleich auch hier. Chris, und jetzt Wesker. Es gibt nicht viel, was wir tun. Wir können ihn separatisch suchen. Ich werde wieder die Dining Room untersuchen. Okay, dann. Ich versuche die Tür auf der anderen Seite. Oh, diese Grenze ist gigantisch. Wir können schnell verloren werden. Wir beginnen mit dem ersten Platz. Okay. Oh! Ich habe fast vergessen. Es ist ein Lockpick. Du hast es besser benutzt. Oh! Ich glaube, Dietrich bekommt man nicht als Chris, oder? Kann ich gar nicht dran hören. Haben wir Dietrich gehabt damals? Ich glaube nicht. Ich glaube, da musste man einen Schlüssel finden. Wenn etwas passiert, dann treffen wir uns in diesem Halle. Verstanden? Okay. Ich weiß gar nicht, was hier jetzt passiert. Ah, doch. Oben, hier oben in der Statue seht ihr, da blinkt was. Das brauchen wir ja. Ein Porträt hängt an der Wand. Es scheint fast, als würde es jetzt die Beurten. Diese können wir jetzt zur Seite schieben. Ähm. Das machen wir aber nicht. Wir machen mal erst so. Dann runter. Dann schieben wir das ganze Ding mal hin, um da oben das blickende Symbol rauszuholen. Was ist denn da oben drin? Nochmal. Das weiß ich wirklich nicht. Vielleicht ein Schlüssel? Ich weiß es nicht mehr. Da ist eine Karte von der Villa. Erdgeschoss mitnehmen. Ja. Aha! Ah! Du hast natürlich sehr praktisch. Ich wollte schon verbleiben. Wir haben nur die Halle erstmal erkundet. Der Rest noch nicht. Aber gut zu wissen. Wir haben die Karte von Villa bekommen. Gaumenbronn. Okay. Wieder runterhüpfen. So. Hier ein kleiner Trick. Den könnt ihr ja... No, nein. Runter, runter, runter. Hier ein kleiner Trick. Wenn ihr diese Kommode schiebt. Die schiebt man ja eigentlich dahin, um das zu sammeln. Aber man kann es auch dahin schieben. An die Wand ran. So. Und dann einmal nach rechts schieben. Kein super Trick jetzt, ne? Aber pass auf. Dann geht ihr rein. Und nicht wundern, warum ich das gemacht habe. Das erkläre ich euch gleich. So. Ah, guck mal. Hier findet man... Was ist das? Ein Dolch! Dolch mitnehmen? Ja! Mit Verteidigungsobjekten wie den Dolch können sie vorübergehend ausweichen, wenn ein Gegner sie packt. Die können jedoch nicht entkommen, wenn der Gegner sie von hinten packt. Wenn man Verteidigungsobjekt ausdrücken, gehen sie ins Statusbildschirm und wählen sie ein Objekt im Menü Verteidigungsobjekte. Wählen sie dann den Befehl ausrüsten. So müssen sie zum Verwenden der Vergangenheit... ZLG drücken. Okay. Gut. So. Gehen wir mal rein. Beteidigungsobjekte. Was haben wir da? Gut. Da haben wir... Ja, da haben wir das Ding, ne? Das wird schon ausgerüstet. Was ist das hier? Haben wir gar nichts von? Okay. Was? Gut. Haben wir ausgerüstet? Ähm. Wenn wir nicht alles täuschen, werden wir jetzt kurz, glaube ich, angegriffen. Ah. Da ist er. Oh. Oh. Also. Man kann den natürlich jetzt versuchen zu beballern gleich. Machen wir aber nicht. Wir suchen zu entkommen. Oh. Oh shit. Aber wir haben ja den Dolch. In der Randsee. Perfekt. Wobei. Raus. Und jetzt schnell die Kommode davor schieben. Mal mehr schieben. Mal mehr schieben. Genau. Lass dir mal so. Wir wählen ganz gemütlich unser Messer aus. Und warten mal bis er kommt. Und dann... Ja. Ein paar von uns. Sehr. Und dann hört auch die Nerven in der Musik auf. Perfekt. Das Messer können wir aber nicht wieder nehmen. Das ist natürlich bestimmt schon schade. Aber naja. Gut. Können wir hier mal rein. Hier ist verschlossen. Nein. Schwertsymbol ist in der Schloss graviert. Okay. Können wir nicht. Dann gucken. Porträt und Fotos hängen. Sie sehen aus, als würden sie gleich zum Leben erwachen. Gut. Wir gehen raus. So. Jetzt können wir auch gleich mal speichern nochmal. Da hinten kommen wir ja. Da kann man nicht rein. Aber das ist Helmsymbol. Gut. Dann gehen wir aber hier rein. Sicher ist sicher. Weil das ist das einzige Blöde. Das war auch damals blöd. Man stirbt und muss alles nochmal machen. Weil man ja nicht auch noch zwischendurch mal speichern kann. Was natürlich auch den Reiz an den Spiels ein bisschen ausmachen. Muss man leider auch sagen. So. So. Aber zuerst holen wir uns mal hier was beim Kamin. Und zwar. Ja. Ich stamme nicht von unseren Freunden. Aber da kann man noch. Genau. Sollen wir uns das Schild? Klar. Nehmen wir mit. Wir folgen mal wir untersuchen. Dann können wir die sogar noch untersuchen. Das machen wir mal. Es gibt da was bei. Prüfen. Objekt untersuchen. Wir holten ein paar so ganz abgenutzt. Okay. Das auch drehen. Wird er so öfters mal. Wurde wir auf das irgendwo rein getan. Kann ich wieder reinsetzen, ne? Das wollen wir ja nicht mitnehmen. Wollen wir uns ja raus. Ja. Gut. Aber jetzt speichern wir einmal hier hin. Wenn wir schon mal hier sind. Hier beim Schreibmaschine. Yes. Wir wollen speichern. Was fahrt man denn? Ja. So. So. Weichern beendet. Über. Gut. Hier. Wenn die beiden aneinander erstochen haben, liegt der Weg in ihr Schicksal frei. Und ich rede von dem Bild hier. Ein Bild von zwei Rittern im Kampf. Das kurze Schwert steckt in der Brust des einen Ritters. Das lange Schwert hat den Kopf des anderen durchbohrt. Komm. Macht keinen Sinn. Ähm. Ähm. Ja. Gut. Dann gehen wir jetzt erstmal. Naja. Wir können auch hier hinten die Tür noch gehen. Dann haben wir noch nicht alles erforscht, glaube ich, ne? Oder? Glauben wir nicht. Können wir hier durch? Mal sehen, wo es da nochmal hingeht. Das links waren wir ja schon, wo der erste Zombie war. Rechts war der zweite Zombie ist. Gibt es auf jeden Fall einen. Wieder schon. Da kommt auch schon gelaufen. Okay. Lass uns mal hier, müssen wir, glaube ich, die Waffe mal nehmen. Denn ich bin kein Chinese oder Japaner, der mit. Na? Ja. Und ja. Ja, oder? Das blödes Arsch. es gibt doch gar nicht mist das war viel zu viel munition und ist auch verletzt ärgerlich gut zurück werde ich schon mal neu laden eigentlich hier sind wir müssen anders kill dass das ist ja blöde und nicht so viel leben verlieren weil es jetzt besser wird wenn ich noch mal nach lade machen wir trotzdem mal das glaube ich acht schüsse für den also ich habe jetzt da wirklich irgendwie zwölf hier reingeballert wenn ich hier kann ich nachladen nein nicht noch direkt laden hier kann man nicht okay na gut wir machen also ohne gehen erstmal weiter wir können weiter kontrollieren wenn wir drauf gehen sollten wir da noch mal anladen wir können aber erstmal gucken was es da noch so gibt kann das spiel auszumachen nur um neu zu laden leider schon verletzt ehrlich für uns drei schuss ist auch nicht das gelbe von eil die tür verschlossen von anderen seite die neue tür ist verschlossen eine rüstung zum boden sein ja wird ok hier ist ein fahrstuhl von diesem stock aus können sie anscheinend nicht betreten ok jetzt und ein keller die tür ist verschlossen ein schwer symbol ok überhaupt kein schlüssel noch nicht dass wir können nicht viel machen aber es wäre irgendein raum mal finden in der truhe nicht sehr praktisch aber das kommt wahrscheinlich erst noch so erkunden aber die anderen räume wo wir das noch sehen können so schauen wir mal ich werde jetzt keine spoiler mehr machen ich kann mich auch nicht alles ändern muss ich zugeben aber ich mache mal keine spoiler mehr buch runter geht erst mal gehen wir runter da war ja auch nur eine tür der einfachsten auch und jill stelle ich so an ein bisschen angebten arbeit wurden sehr gruselig rechts und links sieht man am breller symbole was am breller bedeutet das regenschirm das wisst ihr aber wofür das da ist das werde ich noch auswinden also wer am breller ist so hier haben wir alles also man könnte jetzt hier rausgehen machen wir nicht weil dann wird sie nur sagen du kannst da nicht rausgehen und ist zu gefährlich draußen also dieses quatsch da die einstür zu nutzen so hier kann man sehen hier ist auch eine tür in dem links drin kann auch durchgehen machen wir auch noch erstmal nach oben also wo wir irgendwo anders weiter kommen hier so hier ist auch eine tür oh warte mal das ist erst mal die tür antesten oh die geht sogar auf perfekt damals war man wirklich und wirklich vor jedem wo jeder tür hat immer panik dass ich von wo der jetzt kommt welche seite auch schon ausgerüstet gleich die tür ist von einer seite verschlossen die tür ist verschlossen ein schwertsymbol ist eingraviert ein und glasfenster das muss dann damit er eine frau ist ein kleiner diamanten sieht man da schon weiß ich nicht von woher kommt um so kurz testen wo schiebten wir denen noch mal hin was habe ich habe keine ahnung wir können auf jeden fall schieben ich glaube in die andere richtung dann vielleicht runter müssen wir kurz rumlaufen noch mal bevor sie uns schnappt schauen wir mal oder kommt schon richtig schnell ist nicht schon mal ganz gut aber es gibt ja noch andere sorten von zombies hier nachher ich bin hier komm hier da kommt das schon so ich meine den schmeißen darunter geht es kaputt wir können nicht runter welche richtung jetzt kommt da kommt da okay gehen wir in die richtung das fiech das fenster hat mal auch nichts okay aber hier geht nichts mehr dann gehen wir hier raus wo keiner anderen schlüssel für die tür haben können wir auch gar nichts machen da ist ja auch okay sonst die tür trotzdem testen hier ist von einer seite beschlossen natürlich ist sie das von dunkel hat im leben nichts erkennen was ist mein schatten das läuft da längst das öl in meinem großen rahmen die farbe ist trocken und rissig hier ist verschlossen ein rüstungssymbol ist eingefallen zeigt er sich auf der karte an nachher war ich getestet er zeigt mir welche symbole drauf dass ich schade ist natürlich noch cooler ein schmerzenbult eingraviert okay hier oben können wir jetzt nicht so viel mehr machen wir jetzt noch wieder runter in den raum da rein und gucken was dieser blaue diamant da macht erwartet keine böse überraschung aber nicht ein blauer edelstein wird neben klar ein edelstein würde ich immer mitnehmen so wir haben gleich mal die schreibmaschine an und dann war es das für heute hoffe ihr seid beim nächsten mal dabei und bis dahin tschüss